Ich bin der festen Überzeugung, dass eine Anti-Dumping-Steuer dazu führen wird, dass die gesamte europäische Solarbranche zum Erliegen kommt, nicht nur diejenigen wie wir, die Solaranlagen bauen, sondern auch diejenigen, die in Europa Solarmodule herstellen. Wie werden Investitionen getätigt? Das Ganze muss getrieben werden von Investoren und die lassen sich verunsichern, wenn unklar ist, was mit Zöllen ist, wenn unklar ist, was mit einem Einspeisetarif ist, das ist alles Gift. Es wäre wirklich ein Schade auf den industriellen Foto-Voltaik, aber auch ein Schade auf die Europäische Bürger. Wir haben eigentlich diese Transition nach Renewable Energie. Und wenn wir nicht die Chance haben, fossile Energien in der Zukunft, müssen wir Renewable Technologien haben. Es gibt keinen Weg über Solar. Es ist nur eine Frage, wann es wirklich starten wird und wer in der Leading-Position wird. Der weitere Hauptpunkt ist, dass wir das CO2-Ziel nicht erreichen werden und wir werden erheblichen Stellenabbau bekommen, dadurch, dass wir eine solche Steuer einführen. Wir werden 60 Prozent von unseren Unternehmen verletzen. Viele Menschen verletzen. In meinem Unternehmen es wird ca. 50 Menschen verletzen. Und ich hoffe, es wird zwischen 300 und 400 Unternehmen verletzen, die wir verletzen werden. Geht green, nicht anti-dumping auf. Denn es wird die Benutzung des Solar Panels in Europa stoppen. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!